So, wir müssen die Quest für Ceph erledigen. Oh Gott. Jetzt muss ich aber mal was gucken. Oh, das wird sogar aktualisiert. Das ist nice. Ähm, die machen wir aber... Was ist... Alter, irgendwas hat mich gerade... Egal. Ähm, wir müssen Blumen suchen für den alten Mann. Wo... Oh, Essen. Wo könnte man was finden? Also, ein paar Rosenbüsche habe ich ja schon. Aber mehr scheint es hier nicht zu geben. Oh, da ist noch was. Wow, hier sind ja auch noch mal Blumen. Ist das sowas, was der möchte? Äh, wo sind die? Da. Peoni, Tatsache. Geil. Also, da haben wir schon mal zwei Sorten, aber... Da fehlt noch ein bisschen was. Und was ist das für ein Baum? Der ist... Die sieht schön aus, die nehme ich mit. Oh, hier sind noch mehr Sonneblumen. Aber egal. Wir haben eine Aufgabe. Das sollte ich zwar nicht suchen für den alten Mann, aber... Ich nehme es trotzdem mal mit. Ja, wo könnte noch was sein? Das schreckt mich doch nicht so. Okay. Der scheint schon tot zu sein. Oh, dieser Regen. Der könnte ruhig mal aufhören. Das wird mir grad ein bisschen zu viel hier. Ich bin klitschnass. Oh Gott. Da sind wir ja aufgetaucht. Ah, okay. Das macht merkwürdige Geräusche. Äh, aber hier sind nicht mehr solche Blumen, wie der Mann gern möchte. Schade. Schade. Au. Oh, da ist noch was. Mann, hab ich ein Glück. Ob ich da hinten noch mehr finden werde? Äh. Äh. Oh Gott. Das tat weh. Au. Oh. Sonnenblumen. Nein. Sohne möchte der alte Mann nicht haben. Oh Gott. Oh Gott. Dieser Sturz nach unten gerade. Hm. Was ist das? Was zum Henker? Ups. Äh. Okay. Äh. Ich war das nicht. Äh. Das war schon kaputt. Huh. Ganz schnell verstecken hier. Scheint keine weiteren Blumen zu sein. Schade. Da ist ein Hahn. Oh Mann. Hm. Oh. Hier scheint wieder was. Oh. Ehm. Tronimo. Boah, das war gut. Aber das waren auch nicht die Blumen. Da. Was ist das für eine Blume? Liliac, oder wie die heißt. Geil. Gibt es hier noch mehr davon? Nein. Oh Mann. Oh Mann. Das wird echt schwierig, die ganzen Blumen zu suchen. Ich habe gerade mal... Oh Gott. Das wird schwer. Mist, ich habe schon den Heiligen Wald hier durchsucht. Aber hier sind einfach keine mehr. Vielleicht sehe ich ja von hier oben was, wenn es nicht so regnen würde. Wo bin ich hier bitteschön? Oh, nee. Bevor ich wieder runterfalle. Nee. Also müssen wir hier bleiben. Hui. Au. Aus, komm her, du Vieh. Ich gehe schlecht. Äh... Oh, da sind noch welche. Huh. Alter. Alter. Was? Egal. Ich muss unbedingt was essen. Hallo. Oh, nein. Oh, nein. Blumen. Oh, das sind ganz schön viele hier. Geil. Oh, der ganze Regener macht mich hier definitiv noch krank. Da ist wieder so ein Monster. Ha, 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 ha. Da warst du tot. Oh, hier sind noch mehr. Irgendwie habe ich gerade Glück. Ja. Ist hier noch mehr davon. Ah, hier ist wieder Berg. Ah, hier sind wir wieder zu Hause. Dann gucken wir jetzt noch mal hier hinten nach. Ah, verdammt, noch eins. Mist. Ich hätte die Aufgabe heute gerne noch erledigt gehabt für den alten Mann. Aber irgendwie... scheint das hier nicht machbar zu sein. Ich würde mal interessieren, vor allem für was der die Blumen braucht. Ob das wirklich für seine tote Frau ist. Oder ob das für seine geliebt ist. Aber in dem, Alter. Oh, hier sind noch mehr. Geil. Da brennt ein Huhn. Schade. Jetzt taucht... Oh, hier hat... Haben wir ja fast alle zusammen. Das gefällt mir. Oh, vielleicht finde ich ja noch ein paar. Vielleicht bin ich sogar der Erste, der alle Blumen zusammen hat. Das wäre cool. Oh, wenn hier nicht die ganze Zeit ohne Viecher wären. Hier sind noch mehr. Geil. Geil. Also, ich denke mal... Oh, ha, 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 ha. Den seine Aufgabe haben wir schnell erledigt. Das ist jetzt egal. Das ist jetzt egal. Ha, 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 ha. Geil. Ich glaube, so weit sind die anderen auch gar nicht gerannt. Deswegen habe ich das Glück und finde die hier noch. Oh, ne, da ist schon wieder so ein Schieß-mich-tot-vieh. Oh, ne, da ist schon wieder so ein Schieß-mich-tot-vieh. Geil. Geil weg von mir. Nein. Ich habe nichts für euch. So. Ob wir die... Ah, okay. Es leckt, weil hier noch nichts gerendert ist. Ob wir die Quest allerdings schaffen, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin bleibt entspannt. Genießt den Tag. Und bye, bye.